Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute habe ich drei Buchtipps für euch mit Büchern, die mich absolut süchtig gemacht haben. Ihr kennt das bestimmt, es gibt Bücher, die sind einfach so gut und so spannend, dass man süchtig danach ist, dass man sie nicht aus der Hand legen kann und dass diese Bücher auch noch eine ganze Weile in einem nachhallen. Drei Bücher, bei denen es mir so ging, möchte ich euch heute näher vorstellen und wenn auch ihr Bücher habt, die euch süchtig gemacht haben, schreibt das sehr gerne unten in die Kommentare und nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Den Anfang macht Der dunkle Schwarm von Marie Grashoff erschienen bei Bastai Lübbe. Ich habe ja schon mal vor einiger Zeit erzählt, dass ich gerne mehr aus dem Genre Science Fiction lesen möchte, weil die paar Bücher, die ich bisher daraus gelesen habe, mir immer sehr gut gefallen haben. Der dunkle Schwarm ist so ein Buch und es hat mir nicht nur sehr gut gefallen, ich konnte es wirklich nicht aus der Hand legen. Es kommt bei mir sehr, sehr selten vor, aber ich hatte vor kurzem einen fast kompletten Tag, an dem ich alleine zu Hause war und ich hatte für diesen Tag einiges geplant. Und ich habe dann angefangen zu lesen und letztendlich habe ich nichts von dem gemacht, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Ich habe nur da gesessen und gelesen, weil dieses Buch so spannend war und ich wissen musste, wie es weiter bzw. wie es ausgeht. Die Handlung spielt in Washington im Jahre 2100, das heißt in der Zukunft und auch ein ordentlich paar Jährchen in der Zukunft, aber irgendwie nicht so super krass abgefahren weit in der Zukunft. Trotzdem hat sich das Leben im Vergleich zu unserem heutigen Leben sehr stark verändert. Es wird hier nicht erläutert, ob das überall so ist, aber zumindest in Washington wurde die Stadt in die Höhe gebaut. Es gibt verschiedene Ebenen und je weiter oben man lebt, desto mehr Kohle hat man. Ganz oben auf dem Upper Level leben die Superreichen und ganz unten im Sub Level leben halt wirklich die sehr, sehr armen Menschen. Und das Leben hier ist halt wirklich nicht leicht. Es ist heruntergekommen, dreckig und vor allem ist es dunkel, weil aufgrund dessen, dass die Stadt nach oben gebaut wurde, aufgrund der Upper Level kann man den Himmel von unten überhaupt nicht mehr sehen. Der Grund dafür, dass das Ganze gemacht wurde, ist, meine ich, gelesen zu haben, Überbevölkerung. Außerdem gibt es hier Androiden, die von wirklichen Menschen kaum zu unterscheiden sind. Und das wohl herausragendste Merkmal sind die Implantate bzw. die sogenannten Hive Minds. Jeder Mensch bekommt, ich weiß nicht genau wann, jedenfalls in der Kindheit ein Implantat in sein Gehirn eingesetzt, ein sogenanntes ADIC. Und im Prinzip funktioniert das so ein bisschen wie eine eingesetzte, eine implantierte SIM-Karte, denn über diesen ADIC kann man miteinander kommunizieren. Und nicht nur das, man kann sich zu sogenannten Hives zusammenschließen. Das heißt, Leute, die ähnliche oder gleiche Interessen haben, haben sich zu einem Hive zusammengeschlossen. Und innerhalb dieses Hives sind alle Informationen abrufbar. Alle können auf die Infos, auf das Wissen von den anderen zugreifen. Sprich, weiß einer etwas, wissen es alle. Gruseliger Gedanke oder praktischer Gedanke? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Die Protagonistin in diesem Roman führt ein Doppelleben. Tagsüber heißt sie Atlas und sie arbeitet für den führenden Hive-Hersteller. Und nachts nennt sie sich aber Oracle und sie handelt mit Wissen, mit Informationen oder mit Erinnerungen in der Unterwelt oder im Untergrund. Denn Atlas bzw. Oracle hat eine ganz besondere Gabe. Sie kann auf alle ADICs zugreifen bzw. diese hacken und hat damit Zugriff auf ein immenses Wissen, auf unheimlich viele Informationen. Und mit genau denen handelt sie. Und aufgrund ihres Doppellebens ist Atlas sehr, sehr tough. Sie hat viel mit zwielichtigen Personen zu tun, die Informationen bei ihr kaufen. Und deswegen hat sie es halt auch faustdick hinter den Ohren. Sie ist halt eine richtige Kämpfer-Natur und scheut auch Gefahren nicht. Und das mochte ich sehr. Sie nimmt die Dinge in die Hand, sucht nach Lösungen und hat auch keine Angst vor gefährlichen Situationen. Und auch ihr neuster Auftrag hat es ordentlich in sich. Es wurde ein kompletter Hive ermordet. Das heißt, mit einem Schlag haben hunderte bzw. tausende von Menschen gleichzeitig ihr Leben verloren. Technisch ist das eigentlich unmöglich, aber irgendjemandem ist das gelungen. Die Frage ist natürlich, warum und wie? Dieser eigentlich unmögliche Mord lässt Atlas nicht los und sie nimmt den Auftrag an. Der Auftrag kommt von Noah, einem jungen Mann, der seine Schwester nämlich genau in diesem Hive-Mord verloren hat. Das heißt, seine Schwester war Mitglied dieses Hives. Und ziemlich schnell nehmen die Dinge hier ihren Lauf. Atlas, Noah und der persönliche Androide Julian von Atlas geraten in Dinge rein, die doch größer und gefährlicher sind, als sie zunächst denken. Sie sind da eine ganz schön große Sache reingeraten und sie sind gefühlt von niemandem mehr sicher. Das heißt, eine super spannende Verfolgungsjagd beginnt. Als Leser fällt man hier fast in diese Geschichte rein und macht halt auch direkt Bekanntschaft mit Atlas Toughness. Und so rasant wie der Start des Buches ist, so zieht sich halt wirklich dann auch die komplette Handlung fort. Neben der starken Protagonistin und der gut ausgearbeiteten Story, hat mir vor allem auch das Setting hier sehr gut gefallen. Denn das ist sehr, sehr düster und erschreckend, gleichzeitig aber auch total faszinierend. Marie Grassoff hat halt hier wirklich eine sehr düstere Zukunftsvision erschaffen und gerade das Leben in den Sub-Level. Oh ja, also da wird einem anders. Also der Gedanke daran hat mir wirklich schon so ein bisschen kalt, hat es mir eiskalt den Rücken runterlaufen lassen. Die Menschen dort sind halt echt auch so arm, dass sie sich noch nichtmals normale Nahrungsmittel leisten können. Sie bekommen sogenannte synthetische Nahrung und ja, sie haben auch noch andere Verpflichtungen der Regierung gegenüber, bei denen einem auch einfach ganz anders wird. Gleichzeitig fand ich die hier vorgestellte Technik, die technische Entwicklung einfach hochspannend. So das Prinzip der Implantate, die Androiden natürlich, es gibt Space Shuttles, mit denen man ins Weltall reisen kann. Das war super interessant zu lesen, auch wenn so ein paar Fragen noch offen geblieben sind. Also es wurde halt nicht so komplett alles, was so der, wurde nicht komplett alles, für alles eine Erklärung gegeben, warum etwas so ist oder wie genau etwas funktioniert. Aber das zugrunde liegende Rätsel ist hier natürlich, wie ein kompletter Hive ausgelöscht werden konnte. Es zieht sich aber auch noch ein weiteres Rätsel durch diese Geschichte und ich habe ja schon kurz angerissen, dass Atlas eine besondere Gabe hat. Und die Frage ist hier natürlich auch, warum kann sie das? Das verrate ich natürlich nicht, das muss man als Leser selber herausfinden. Aber so viel vorweg, wenn ihr dieses Buch anfangen zu lesen, nehmt euch besser, ja, nehmt es an einem freien Nachmittag oder an einem freien Tag in die Hand, denn ihr werdet es so schnell nicht mehr aus der Hand legen können. Ein weiteres Buch, das mich absolut süchtig gemacht hat, ist Verity von Colleen Hoover, erschienen bei Bold. Und ich habe das Buch ja schon mal vorgestellt, es ist eins meiner Halbjahres-Highlights. Es ist ja sehr umstritten, also es gibt ja Leute, die feiern das und es gibt Leute, die sagen, nö, also mit dem Ende habe ich eigentlich gerechnet. Und auch ich habe darauf, nachdem ich da so positiv drüber berichtet habe, habe da auch Nachrichten zugekriegt, in denen es hieß, ja, aber das konnte man sich ja schon denken, das Ende. Ja, konnte man, zu einem gewissen Teil vielleicht, aber Colleen Hoover spielt hier mit der Unsicherheit des Lesers so ein bisschen, weil so ein Teil davon ist ja nicht ganz klar, es ist ja nicht ganz gelöst. Und das war halt so das, was so in mir nachgehalten hat, das war das, was mich nicht mehr losgelassen hat, diese Frage. Okay, es kann jetzt so gewesen sein, aber es kann auch so gewesen sein. Und das fand ich unfassbar gut gemacht hier. Aber das ist ja nur das Ende der Geschichte, auch der Rest der Geschichte konnte mich total packen. So sehr, dass ich den Großteil des Buches in einem Rutsch gelesen habe. Im Zentrum der Geschichte steht ein Geheimnis. Ein Geheimnis, von dem die Protagonistin Lowen erfährt. Ein Geheimnis, das so schrecklich ist, dass es sie nicht mehr loslässt, dass sie aber gleichzeitig auch fasziniert. Lowen ist junge Schriftstellerin und sie bekommt ein Jobangebot. Und zwar soll sie die Reihe einer sehr bekannten Thriller-Autorin fortsetzen bzw. beenden. Und diese Autorin heißt Verity Crawford, ist sehr bekannt. Aber Verity Crawford kann die Bücher selber nicht mehr zu Ende schreiben, denn sie hatte einen schweren Unfall und seitdem liegt sie im Wachkoma. Lowen bekommt den Job und für ihre Recherchen zieht sie für eine Weile in das Haus von Verity Crawford ein. Dort wird sie gepflegt und dort lebt auch ihr Ehemann und ihr kleiner Sohn. Und schon kurz nachdem Lowen angekommen ist, macht sie eine unheimliche Entdeckung. Sie findet ein Manuskript im Arbeitszimmer von Verity und fängt an zu lesen. Und dieses Manuskript lässt sie nicht mehr los. Als Leser bekommt man hier auch dieses Manuskript zu lesen, immer im Wechsel mit den Geschehnissen im Haus. Und beides, muss ich sagen, beides war so unfassbar spannend, dass es mich wirklich süchtig gemacht hat. Also sowohl das, was im Manuskript steht, da war es halt wirklich so dieses, es raubt einem den Atem, das, was da drin steht. Also da denkt man wirklich, das ist ganz, ganz furchtbar. Gleichzeitig muss man natürlich auch wissen, wie es da weitergeht, genauso wie es ja auch Lowen geht. Und andererseits haben wir ja auch das, was im Haus passiert von Verity. Auch dort passieren merkwürdige Dinge. Lowen fühlt sich zunehmend unwohl und merkt, irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Erschwerend hinzu kommt allerdings, dass sie dann doch den Mann von Verity Crawford ganz attraktiv findet. Keine gute Mischung irgendwo. Und ich muss sagen, dieses Buch hat für mich den Hype absolut verdient. Ich fand es sehr, sehr gut und wie gesagt, absolute Suchtgefahr. Kommen wir zu Buch Nummer 3, Crybaby von Gillian Flynn. Es ist eine ganze Weile her, dass ich diesen Thriller aus dem Fischer Verlag gelesen habe, aber ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, wie ich da saß und wie ich ihn nicht aus der Hand legen konnte und wie, oh, wie, wie spannungsgeladen dieses Buch einfach war. Ich gebe zu, ich war kein großer Fan von Gone Girl von der Autorin, aber Crybaby fand ich sehr, sehr gut. Es geht hier um Camille und Camille hat in ihrer Kindheit sehr, sehr schwierige Erfahrungen gemacht und um damit, ja, darüber hinweg zu kommen, beziehungsweise damit zurecht zu kommen, hat sie angefangen, sich Wörter in die Haut zu ritzen. Mittlerweile hat sie sich in den Mond gestellt, sie hat sich Hilfe gesucht, sie hat ein komplett neues Leben angefangen. Das Einzige, was bleibt, sind immer noch die Wörter auf ihrer Haut. Wie schon gesagt, sie hat ein neues Leben angefangen, sie hat ihrem Elternhaus den Rücken gekehrt, ist weggezogen von zu Hause und hat einen Job angefangen und zwar als Journalistin. Sie arbeitet bei, ja, einem Käseblättchen, muss man wohl eher sagen. Obwohl Camille ihrer Heimat den Rücken gekehrt hat, schlägt es sie jetzt beruflich dort zurück, denn in ihrem Heimatdorf ist ein Mädchen verschwunden und ihr Chef wittert jetzt die große Chance, dass sein Blättchen berühmt wird, wenn er als allererster darüber berichtet. Das heißt, er schickt Camille, weil er weiß, sie kommt von dort, schickt sie dorthin zur Recherche und sie soll, ja, von diesem Fall berichten. Und im Laufe dieses Thrillers erfährt man einerseits natürlich, was Camille damals passiert ist, andererseits geht es natürlich auch um dieses verschwundene Mädchen. Dabei bekommt man einen Einblick in die vermeintliche Kleinstadtidylle, aber vor allem auch in das Elternhaus von Camille und als Leser merkt man da von Anfang an, dass da irgendwas ziemlich faul ist. Beim Lesen wurde mir hier manchmal wirklich anders, vor allem gegen Ende, aber was ich hier auch sagen muss, was ich besonders gut fand, war, wie Gillian Flynn einen hinters Licht führt. Ihr kennt das ja auch, man beim Lesen von Thrillern oder Krimis, man rätselt ja die ganze Zeit mit, man verdächtigt ja die ganze Zeit Leute, der war es, nee, dann war es der, bla 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 und so weiter und so geht es mir natürlich auch und so ging es mir natürlich auch bei Crybaby. Aber dieses Ende hat mich sehr, sehr, sehr überrascht und ich fand das einfach unfassbar gut gemacht von ihr. Natürlich ist das ja auch hier erst gegen Ende, aber trotzdem, so bis man da hinkommt im Buch, es ist einfach ein konstantes Rätselraten und es ist einfach, es ist einfach unfassbar spannend. Ich fand es einfach so, so gut gemacht, dieses Buch. Wie gesagt, nochmal viel, viel besser als Gone Girl und es waren so kleine Psychospielchen irgendwie, ne? Und die haben dieses Buch einfach zu so etwas Besonderem für mich gemacht. Deswegen, wenn ihr auf der Suche seid nach einem super spannenden Thriller, kann ich Crybaby auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr es denn noch nicht gelesen habt. Wie am Anfang des Videos gesagt, wenn ihr noch andere Bücher habt, die euch süchtig gemacht haben, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare und lasst mich auch sehr, sehr gerne wissen, wenn ihr schon ein Buch von diesen drei vorgestellten Büchern gelesen habt und vor allem auch, wie es euch gefallen hat. Und da freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen und ich sage bis dann, Tschüss!